Guten Tag, ich heiße Susanne Klickerklacker und wenn ihr mich schon mal gesehen habt, dann wisst ihr auch, dass ich das klügste Mädchen auf der ganzen Welt bin. Ich kenne nämlich den Unterschied zwischen nass und trocken. Diese Badewanne ist ganz voll Wasser und das ist nass und ich bin trocken. Tja, nun wiederum ist die Badewanne ganz trocken und ich bin nass. Tja. Boah! Boah!